Hey Youtube! Neues Video hier! Na, ich darf mal einfach da lang kommen. Ich mache gerade ein neues Video für Youtube. Hallo! Ja, ich bin gerade auf dem Heimweg. Nicht von der Arbeit, da bin ich schon lange daheim. Ich dachte mir, ich mache mal wieder ein neues Video. Einen Vlog. Einen Vlog. Wie manche auch sagen Vlog. Oder Videoblog. Weil ich ja Vlog irgendwie am besten finde. Ich glaube, ich darf mal da hinten runter. Ein bisschen hinten runter. Ja, wie ihr seht, ein Full HD. Könnt ihr mal unten drauf klicken. Eben unten im Bild. Da wo 340 oder 480 steht. Könnt ihr mal drauf klicken. Full HD 1080p. Yeah. Bin hier noch nicht irgendwie oft da woanders lang gelaufen wie sonst. Also, alles Neuland hier für mich. Oh, da gibt es ein Skatepark. Wow. Einen Skatepark. Cool. Cool. Ich skate ja nicht, aber. Gut, dass sowas da ist, ne. Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt, wo ich bin hier. Ich weiß nicht, ob ich hier auch richtig irgendwie hinkomme, wo ich hin will. Ich weiß nicht. Das ist wirklich cool hier, wenn man sich einfach hier so rumdringt. Wow. Der Effekt ist cool, ne. Zur Hilfe. Uah. Uah. Immer mit mir drehen die Kamera. Ha. Und jetzt tut mein Arm langsam weh. Langsam tut mein Arm weh. Ich weiß auch nicht, wieviel Minuten ich schon hab. Aber, ja. Was ist der Grund eigentlich für ein Vlog? Einfach nur so. Ja. Jetzt haben wir wieder News von Neues Nachrichten. Von Neuen Nachrichten. Ähm. DMTV. Den Imago TV News. Wird wahrscheinlich, vermute ich mal, irgendwann im Laufe der Woche, wird die mal kommen. Das haben wir schon ein bisschen. Ja. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr einfach mal irgendwo im Bild hier hinklicken. Ich verlinke es euch irgendwo hier. Ja. Ah, jetzt warte ich mal. Ja. Das war's von mir. Bis denne. Tschüssi. Man.